Ich habe einen neuen Laptop. So richtig neu. Ich habe in so einem Cybercafé gearbeitet. Und dieser Computer lag bestimmt drei oder vier Wochen bei den Fundsachen. Warte, du hast einen Computer gestohlen? Nein, nicht gestohlen. Ja, ist klar, okay. Das ist echt scheiße. Und ich habe diesen versteckten Ordner gefunden. Und der verbindet einen automatisch damit. Alter, das ist das Darknet. Was ist das Darknet? Einen Teil des Internets, wo dich keiner findet. Illegale Pässe, Drogen, sogar Auftragsmorde und solche Sachen. Im Darknet tummeln sich echt fiese Leute. Und auf dem Computer gibt es Videos. Seht euch das an. Ich glaube, du solltest das lieber lassen. Oh Gott. Das sah viel zu echt aus. Ich denke, das ist sogar echt. Leute, genau damit handeln die. Womit? Mit den ganzen Videos. Wir müssen was tun und wir müssen sofort was tun. Wer ist das? Was ist hier los? Leute, wartet, wo ist Lex? Oh Mann, das sieht aus... Das ist das Haus von Lex? Scheiße. Nein, nein, nein. Ist das Lex? Er hat Lex getötet. Wer? Die Käufer von den Videos, die die Mädchen aussuchen. Was zum Teufel? Die haben alle zugesehen. Oh mein Gott. Das ist meine Mom. Nein. Nein. Wenn die Lex gefunden haben, können die uns da nicht alle finden? Die hatten die ganze Zeit die Kontrolle. Bitte, lasst uns in Ruhe. Verschwinde da sofort. Ich kann dich hören. Bist du noch da? Kelly, ich kann dich nicht sehen. Hinter dir und pass auf. Kelly!